Es geht. Alles klar für Sie, Ute? Alles klar. So. Kommen wir nicht mit rechnen. Ja, Ute, ich sehe, Sie haben schon Fans hier. Ute, wir kommen gleich zu Ihnen. Wir müssen erst ein bisschen Werbung machen, meine Damen und Herren. Und dann geht's weiter mit Ute. Also bleiben Sie dran, gleich mit Ute geht's um die Wurst. Weißt du, warum die Leute hier so hart am Internet arbeiten? Nein. Soll ich's dir zeigen? Klar. Ein Siebener. Genau. Komm weiter. Da sind zwei. Richtig. Hier lang. Da ist noch einer. Der Grund, warum die so hart an der Datenautobahn arbeiten, die wollen die Straßen für sich alleine haben. Am Ende des Jahres gibt es nur das Beste. Platin, the very best of. Die Megasongs der Megastars auf einer Doppel-CD. Mit Lionel Richie, Vanessa Amorosi, Madonna, Aerosmith, Bon Jovi und Ronan Keese. Platin, the very best of. Nur die Hits, die man auch morgen noch hören kann. Unglaublich. Hier steht, dass jetzt schon 370 Millionen Menschen online sind. Ja, im Internet liegt die Zukunft. Da sind die neuen Märkte. Vielleicht hätten wir da mal investieren sollen. Haben wir doch. Was? Ich dachte, wir haben es bei der Deutschen Post. Genau. Wir haben mit der Deutschen Post in E-Business investiert. Denn erstens verdient die Deutsche Post einem jede Internetbestellung, die sie den Leuten nach Hause liefert. Und zweitens sind die schon längst mit ihrer eigenen Einkaufsmeile im Netz. Evita.de. Da findet man das Angebot von über 140 Läden. I. I. Business. Ich weiß, Christoph. Evita.de. Ihre Einkaufsmeile im Internet. Mehr Spaß nach 6. Die SMS Happy Hour von Loop. Täglich von 18 bis 20 Uhr. Jede SMS zum halben Preis. Da können Sie jetzt so viele SMS verschicken, wie Sie wollen. Und bringen so 100% mehr Leben in Ihr Leben. Loop up your life. Endlich ist sie da. Best of Black 2000. Alle großen Hits des Jahres. Optimistik. Individual. Inspiring. Max Fragrance. Man, woman. Inspired by life. Wir können keine Tricks. Wir können nur billig. Wäre doch blöd, wenn Sie das nicht nutzen. Wie soll es sein? Oh, äh, ja. Bitteschön. Dankeschön. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Wer bestimmt eigentlich dein Styling? Du oder deine Haare? Halt! Jetzt neu. Fructi Style von Garnier. Die erste Styling-Serie mit Mikrofrucht wachsen. Für umwerfenden Halt. Modeling-Gelais. Glatteffekt-Milk. Microfixing-Harspray. Fructi Style von Garnier. Der Beweis? Fixiert und hält. Bis zu drei Tagen, wenn du willst. Du spielst die Hauptrolle. Deine Haare voll unter Kontrolle. Fructi Style. Mit der Garantie von Laboratoire Garnier. Top 2000. Die besten Hits des Jahres. Über 30 Top-Ten-Hits mit Himm, AHA und Rednecks. Die Mega-Highlights aus den Charts von Gigi D'Agostino, den Backstreet Boys und ADC. Top 2000. Alles drin, alles dran, alles top. Oh, eine Koja-Box. Oh, ein Rheumarkissen. Schenken, was jeder gern hätte. Die D2 Koja-Box. Schon ab 66 Mark. D2, bleibt dabei. Soweit. Bestdorf Westernhagen Alle großen Hits Jetzt überall Acqua di Gio Giorgio Armani Das ist der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann will für jeden das richtige Geschenk finden So ist er immer sehr beschäftigt Zum Glück wünschen sich dieses Jahr alle ein Extra-Pack Weil da ein Handy und die Extra-Card, die TD1-Telefonkarte fürs Handy mit drin sind So ist der Weihnachtsmann auch dieses Jahr wieder sehr beschäftigt Wünscht er was von TD1 Die Extra-Packs zum Beispiel mit Motorola T180 Simlock Handy Headset Und 25-mal Startguthaben für 99,90m Jetzt im T-Punkt E-Plus und ProSieben präsentieren Robbie Williams live on Tour Mit seinem neuen Hit Supreme Auf zwei unterschiedlichen Maxi-CDs Aus dem Album Sing When You're Winning Robbie Williams Heiße Weihnachten auf ProSieben Ein reicher Schnösel und ein kleiner Gauner Was ist das Problem? Doch eines Tages werden die Karten neu gemischt Und das ist hart Du schläfst auf der Couch Weihnachten, ja? Die unvergessliche Hit-Komödie Danny Croyd und Eddie Murphy Die Glücksritter Auf ProSieben Jetzt machen Sie schon, Oeka Papa, beschweren Sie sich nicht, wenn es zu hart wird Ey, bist du schwul oder was? Ja, 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 ja Endlich switcht es wieder Mein Gott, du fängst mit meiner Schwester Und kannst nicht mal zwei und zwei zusammenzählen Typisch Jungfrau Reizbar und übersensibel Einzelhaltsfenzen Glauben Sie das auch? Ja Sonnestag, 22.15 Uhr Auf ProSieben So Mein Dank, Herr Da sind wir wieder zurück Bei TV-Total Dem großen TV-Total-Quiz-Abend Und unsere Kandidatin ist Ute Ist ein riesen Fanclub hier dabei Genau Ute Raufer Sie sind 59 Jahre alt Darf man auch schon sagen Sie sehen ja aus wie 58